Würdest du eher deinem Partner mit deinem besten Freund, Freundin oder mit dem besten Freund, Freundin deines Partners schlafen lassen? Nein. Er sagt einfach nein. Also nochmal. Ich verstehe jetzt die Dinge. Warte mal. Achso, wer geht dem Rot am Boden? Würdest du eher Sex mit jemandem haben, der niemals duscht oder der niemals seine Zähne putzt? Puh, das ist schwer, Alter. Problem ist nur wegen Körpergeruch, entweder stinkt er wie Sau. Er? Die Person. Ey Chris, ich find's gar nicht schlimm, ne? Ich find's gar nicht schlimm. Flora, alles gut. Oh mein Gott. Ey, halt schnell fest. Halt schnell fest. Nein. 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 Scheiße. Mit so ner Träne hat er das gesagt. Scheiße. Ja, was sind denn überhaupt Süßkartoffelpommes? Sind doch bestimmt aus Karotten, oder? Also, du meinst ernst, oder? Ja. Du meinst ernst, oder? Ja. Du meinst ernst, oder? Du meinst ernst, oder? Gross gibt Süßkartoffeln, wirklich. Aber ich weiß nicht, Süßkartoffelpommes sind eigentlich Karotten, oder? Ja, das sind lustig. Ey, weil die so orange sind, deshalb. Achso, eben. Du meinst mit dem Korridor. Welche Flagge ist das? Austria, oder? Österreich? Ich hab ein bisschen gebraucht, mein Kopf ist langsam. Also. Europe, Russia, Weapon, Fake Gun, Fake Body, Fake Joke. Halt's Maul! Europa, Europe, Buch. Haben die ihre Flagge geändert? Brasilien. Ist doch egal. Ist doch nicht wie Scribble, dass man da eigene Scheiße machen kann, oder? Ihr seid so dumm, ne? Ihr seid so dumm, gell? Woraus werden noch mal Süßkartoffelpommes hergestellt? Karotten, oder? War die Frage ganz ernst gemeint? Karotten, oder? Ich hoffe nicht. Oh, Laura, bitte, wieso sagst du sowas? Ich bin drin. Oh, der ist nicht so. Der ist nicht so. Ich lache ja, ich hoffe nicht, dass er ernst gemeint war. Ansonsten... Doch, es war erst. Echt jetzt, 38. Ich wusste nicht, dass es Süßkartoffeln gibt. Was ist mit Alkut pennt der? Ähm... Der hat mich vor ungefähr 20 Minuten angerufen. Der ist noch... Um halb schlafen. Aber... Der macht sich jetzt, glaube ich, ready. Und dann kommt der auch demnächst online. Und dann... Ich habe gerade wieder verstanden. Der ist strong! Das ist nicht so. Ihr seid so dumm. Ihr seid wirklich so dumm, Digga. Ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Das ist Maurice, Digga. Was ist das? Das ist Maurice, Digga. Ich hab mich auf! Ich hab mich auf!